Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um Tyrannen in der Falle. Und zwar meine ich damit nicht das, was zum Beispiel Leuten passiert ist wie, keine Ahnung, Ceausescu oder Gaddafi oder Saddam Hussein, also dass sie am Ende letztlich mehr oder weniger gelüncht worden sind oder umgebracht worden sind von den Leuten, die sie jahrelang unterdrückt haben und ermordet haben und gefoltert haben. Denn es gibt auch Tyrannen, die davongekommen sind und eines friedlichen Todes gestorben sind, so was man hört, das soll es ja geben. Also sagen wir mal so, die Ermordung von Tyrannen ist nicht ein Automatismus, aber er kommt vor, sondern ich meine das, was davor passiert und wenn man also sich der Frage der Tyrann ist, dem Tyrannentum tatsächlich von der menschlichen Seite her nähert und tatsächlich die ganz banale Frage stellt, geht es Tyrannen gut, haben Tyrannen ein gutes Leben? Und das ist natürlich eine dreiste Unterstellung, weil es auch möglich ist zu denken, dass gerade Tyrannen eigentlich ihr eigenes Wohlergehen egal ist und dass das überhaupt sie in diese Form hineinbringt. Ich weiß, das ist nicht naheliegend, meistens wird das anders gedacht, Tyrannen zum eigenen Vorteil und so weiter. Und äußerlich ist ja da auch ganz viel da an, was es sich materiellem Ressourcenreichtum, der dann angehäuft wird und so weiter. Aber psychologisch gesehen ist eben Eigentum nicht automatisch mit Wohlergehen verknüpft, unter anderem deswegen, weil wir Menschen für Eigentum gar nicht ausgelegt sind, einfach von unserer Konstitution her. Und das wieder aus einem ganz banalen Grund, weil eben über Jahrhunderttausende hinweg kaum Eigentum möglich war, anthropologisch, also als wir noch Nomaden waren, gab es minimales Eigentum, weil man halt alles mitschleppen musste und deswegen konnten wir kein Eigentum anhäufen. Deswegen sind wir damit auch so schlecht mit Eigentum, also weil wir einfach darauf nicht ausgelegt sind. Und Tyrannen können natürlich über die Tyrannis, über die Form der Tyrannis, ganz viele materielle Eigentümer anhäufen, aber das ist ja nicht automatisch mit Glück verbunden. Und also man könnte behaupten, dass Tyrannen folgendes Problem haben, wären sie, das ist eine Unterstellung, überhaupt an ihrem eigenen Wohlergehen als Menschen, also der Mensch hinter dem Tyrann, hinter der Rolle des Tyrann interessiert, dann könnte es sein, dass der Moment, wo sie realisieren, dass die Tyrannis eine tatsächlich Fehlentscheidung oder Fehlentwicklung waren, also sich darauf einzulassen, zum Tyrannen zu werden, immer in einem Moment erfolgt, wo es bereits zu spät ist. Also wo es so ist, würden sie sich jetzt von der Rolle zurückziehen, hätten sie massive Probleme. Und welche massiven Probleme das sind, da könnte man sich dann wieder auf Anthropologen stützen, also auf Leute wie Rangham oder teilweise auch Franz de Waal, was die uns erzählen, wie schon nicht nur erst Menschen, sondern auch schon Affen oder frühere Menschen mit Tyrannen umgegangen sind. Und insofern gibt es möglicherweise bei Tyrannen den Zwang, sich auch dann an die Tyrannis zu halten, also Tyrannen zu bleiben, in dem Moment, wo man realisiert, dass man jetzt vielleicht lieber nicht mehr Tyrannen wäre. Also das heißt, Tyrannen haben keine Exit-Option und deswegen ist die Tyrannis extrem riskant, sich darauf einzulassen, weil möglicherweise die Erkenntnis, dass es keine so gute Idee ist, zum Tyrann zu werden, und zwar aus eigenem Wohlergehen raus, also man könnte sagen, aus gesundem Egoismus heraus, aus Selbstempathie, aus guter Selbstsorge heraus, ist es keine gute Idee, Tyrann zu sein, dass diese Erkenntnis in vollem Umfang immer erst dann erfolgt, wenn es keinen Exit mehr gibt, also wo der Exit nur noch um den Preis erfolgen kann, dass man dann massive Probleme hat, wenn man nicht mehr Tyrann ist, weil die Leute sich das merken, so ein bisschen nach der Devise, Menschen vergessen, was du gesagt hast, Menschen vergessen selbst manchmal, was du getan hast, aber Menschen vergessen nie, welche Gefühle du bei ihnen erzeugt hast, und Tyrannen erzeugen halt massive, massive Rachegelüste bei uns Menschen, und das ist halt sehr gefährlich, und dann ist der Tyrann dazu verurteilt, Tyrann zu bleiben, auch wenn Tyrannen sein, wie man über die Tyrannis selbst herausfinden kann, gar nicht so toll ist. Und insofern kann man also die Erfindung der Politik und der Demokratie bei den Griechen auch unter den wenig Tyrannis geneigten Griechen, ich weiß, es gab die Beispiele, aber es hat sich halt nie halten können, und es hat sich nie sowas wie eine stabile, außer bei den Sparta, aber die Spartaner waren eh arme Schweine, herausbilden können, was eben eine monarchistische Erdmonarchie war. Also insofern hatten die Griechen in der Hinsicht eine Zeit lang relatives Glück, weil sie sozusagen ein so undisziplinierter Haufen war, dass diese hierarchischen Formen, die sich dann später in Rom entwickelt haben und Europa entscheidend geprägt haben, nicht herausbilden können. Also man könnte sagen, die alten Griechen waren in einem sehr merkwürdigen Sinn Anarchisten, auch die Anarchie ist ihnen nicht gut bekommen, aber sie haben dann als Antwort, weil sie gern keine Tyrannis haben wollten, eben die Demokratie oder die Polity erfunden oder Isonomie erfunden. Und das haben sie eigentlich aus guter Selbstsorge getan, weil sie gemerkt haben, irgendwie das geht uns nicht gut damit, in einer Tyrannis zu leben, und zwar von beiden Seiten nicht. Weder unterdrückt zu werden noch zu unterdrücken, macht Menschen wirklich glücklich. Und ich würde behaupten, die Griechen haben das nicht nur gewusst und erfahren, sie haben auch Formen dafür erfunden, um diese Erkenntnis leben zu können, anders als wir zum Beispiel. Wir unterdrücken uns nach wie vor. Wir haben noch nicht sozusagen die technischen Wege entwickelt oder eingeführt, die uns helfen, nicht in die unausweichlichen Probleme der Tyrannis zu geraten. Also sozusagen entweder andere unterdrücken zu müssen oder selber unterdrückt zu werden. Und das heißt, von zwei Seiten her Formen von Unfreiheit zu leben. Also wir haben momentan die Wahl, entweder unfrei zu sein, indem wir Tyrannen werden, oder unfrei zu sein, indem wir von Tyrannen unterdrückt werden. Andere Möglichkeiten haben wir nicht, weil wir sie uns systemisch nicht geschaffen haben. Und das ist eine Erkenntnis, die hatte unter anderem auch die von mir ja jüngst in einigen Videos geschmähte, Hanna Arendt. Also bei Hanna Arendt findet man diese Einsicht aus. Ein bisschen in einer anderen Variante. Aber die Einsicht, dass der Tyrann selbst ein Mensch ist, der das Beste verfehlt, was dem Menschen möglich ist, also der in dem Sinne kein gutes Leben hat, diese Einsicht findet man auch bei Hanna Arendt. Also da gibt es einen Berührungspunkt, auch bei allem, was ich an dem, was sie geschrieben hat, vor vielen, vielen Jahren, muss man verscholend dazu sagen, in einer anderen Zeit. Obwohl ich da viel daran auszusetzen habe und eben immer wieder davor warne, einfach, wie soll ich sagen, unreflektiert an Hanna Arendt anzusetzen, weil da einfach einige richtige, schlimme Klopper dabei sind, die ich heute gerne vermeiden würde oder zumindest die ich nicht mehr mitmache. So, aber nichtsdestoweniger, der Tyrann ist keine beneidenswerte Gestalt, keine beneidenswerte Rolle. Und insofern ist es auch nicht wundersam, dass auch in der heutigen Zeit immer wieder neue Ideen aufkommen von Menschen, die also in Gefahr sind, Tyrannen zu werden, wie diese Menschen selber versuchen systemisch, systemisch, das ist das Entscheidende, nicht als Haltung, also sich selber Institutionen zu bauen, die verhindern, dass die selber Tyrannen werden. Das entsteht immer wieder neu. Ich habe sogar einige dieser Menschen persönlich kennenlernen dürfen, die das tun. Übrigens alles sehr interessante Menschen und auch die Gründe, warum sie es tun, es sind sehr unterschiedlich. Es ist nicht ein Grund, ja so, sondern es sind viele Gründe, wo Menschen, die also sozusagen jetzt in einer Art tyrannischen Rolle sein könnten oder da hineingeraten oder das vielleicht sogar erstmal angestrebt haben, dann aus diesem Erleben, was dann passiert, wenn man Tyrann ist, Formen erfinden, dass sie nicht mehr Tyrann sein müssen, aber auch nicht von Tyrannen unterdrückt werden. Also nicht praktisch, ich wechsle einfach die Seiten, nach der Devise, ich will kein Tyrann sein, also lasse ich mich von Tyrannen unterdrücken. Also es gibt nur die Wahl zwischen ober und unter, sondern die Positionen von oben und unten überhaupt aufzulösen, sprich Hierarchie aufzulösen. Und da gibt es immer wieder sehr smarte Leute, sehr findige Leute, institutionenfindige Leute, die sich dann Dinge einfallen lassen, wie wir systemisch, systemisch Tyrannis vermeiden können. Und genau das ist nach meinem Urteil, nach meiner Einschätzung im antiken Griechenland auch passiert, als man die Demokratie erfunden hat, in den kleisthenischen Reformen. Letztlich ist das eine Form systemischer Tyrannisvermeidung. Das Blöde an dieser Geschichte, die ich gerade erzähle, ist, dass sie eine andere Geschichte, die fast noch wichtiger ist, in den Hintergrund treten lässt, weil nach meiner Deutung noch mehr als die Demokratie, die Erfindung der Demokratie Tyrannisvermeidung war, die Demokratie als Stasisvermeidung war und die Tyrannis auf eine gewisse Weise ein Sekundärphänomen ist, insofern als die Tyrannis selber antritt, eine Lösung für die sonst beständig auftretende Stasis zu sein. Also meine Behauptung ist, das primäre Problem der Griechen, als sie die Demokratie erfunden, war gar nicht die Tyrannis, sondern die Stasis und die Tyrannis ist aber etwas, was sich aus der Stasis beständig wieder und wieder ergibt. Also Menschen, die lange, lange in Stasis gelebt haben, verkürzt gesprochen, es ist nicht ganz so Parteikämpfe, ständige Parteikämpfe, ständiger Bürgerkrieg, der also sehr zerstörerisch ist, diese Menschen neigen dann dazu zu sagen, lieber habe ich einen Tyrannen, als in diesen beständigen Kämpfen zu leben, weil dann der Tyrann zumindest diese Kämpfe unterdrückt. Obwohl die Tyrannis dann, wenn sie da ist, schrecklich ist, ist sie im ersten Schritt die Vermeidung eines anderen, vermeintlich noch größeren Übels, weswegen immer wieder neue Tyranneien entstehen. Und insofern war also der eigentliche Zaubermove der Demokratie in der Antike die Stasis aufzulösen. Das war die eigentliche Idee und wenn man sich also die Form der Reformen, die zur Demokratie geführt haben, also eben die kleistinischen Reformen, näher anschaut, dann findet man zahlreiche Momente in diesen Reformen, die genau ganz offensichtlich darauf abzielen, Stasis aufzulösen und zwar systemisch aufzulösen. In Firmen zum Beispiel heute wären das der Krieg der Abteilungen. Dass es diesen Krieg der Abteilungen nicht mehr gibt und Krieg der Parteien oder wie auch immer wir das dann nennen oder Fraktionen oder Lager, dass das gar nicht mehr auftreten kann. Aber nicht durch, wie eben in der Form, wie das bei der Tyrannis der Form ist, durch Unterdrückung, dadurch, dass es eine kleine Clique gibt, die alle anderen unterdrückt, mittels Hierarchie, sondern durch andere Moves, die anders geartet sind und insofern sind sozusagen in dem Sinne Tyrannis und Demokratie Konkurrenten und zwar konkurrententechnische Konkurrenten um die Auflösung, um die systemische Auflösung von Stasis. Und naja, das ist so meine Deutung der Ereignisse und man kann halt sagen, wir in der Moderne sind dann bisher noch nicht sonderlich weit gekommen. Ja, zu uns ist es ein bisschen ehrenrührig für uns, weil wir so viele andere wahnsinnig tolle Erfindungen gemacht haben und ich tatsächlich also in den Querellen des Anciers, des Modernen eindeutig auf der Seite der Modernen stehe, also ich bin ein Fan der Moderne, obwohl ich da immer so merkwürdige, komische Sachen zu sagen habe, bejahe ich die heutige Form des Lebens voll und ganz. Ich weise immer nur darauf hin, dass wir eine ganz bestimmte Dinge, die wir brauchen, um die Moderne zu stabilisieren, systemisch zu stabilisieren, einfach noch nicht geschaffen haben. Es gibt eben noch etwas, was fehlt, was offen ist und genau das wäre eine konsequente Demokratisierung oder Politisierung unserer Gesellschaft, die wir einfach noch nicht zustande gebracht haben, aber die dringend, dringend notwendig ist. Das ist so meine Haltung zu Sichtweise auf die Dinge. So, jetzt mache ich einen Punkt mit meiner leicht angegriffenen Stimme. Ich musste gestern auf einer Abendveranstaltung relativ laut reden, das bekommt mir immer schlecht, dann hört sich meine Stimme so an. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich wünsche uns allen, dass wir es schaffen, die Tyrannis systemisch zu vermeiden, ohne dabei beständig ins Dasis, also in Parteikämpfe, zurückzufallen, weil es bringt uns nichts, das eine Übel durch ein anderes, vielleicht sogar noch größeres Übel zu ersetzen, weil dann wird das Übel der Tyrannis beständig neu zurückkehren und ich glaube nicht, dass wir das wollen, ich glaube nicht, dass uns das gut bekommt, nicht einmal den Tyrannen selbst. Ceterum censio, isonomiam, esse sortiendam, im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.